Warum kommt... Achso, das letzte Level ist oben wahrscheinlich, ne? Geht du mal vor? Warum? Zehn nach fünf Blumen. Ja, genau. Passt ja genau. Ja, damit falls da was passiert. Bosa's Burg. Bosa's Burg. Baby Bosa's Schloss. Okay. Hast du gesehen, dass er ein Wölkchen-Dach hatte? Ein was für ein Dach? Wölkchen. Ein Wölkchen-Dach. Rosa Himmel und... ne, pinker Himmel und rosa Wölkchen. Ja, hier sind auch rosa Wölkchen. Jetzt kommt der Böse. Der Oberböse. Oh, hier bleib ich. Oh, oh. Ich ahne, Schlimmes. Möchtest du auch noch ein paar? Meinst du, brauche ich? Möchtest du nicht. Ja, komm. Auf geht's. Siehst du das Dach? Hm. Bist du bereit? Ja. Juhu. 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 Hä? Moment. Halt. Okay. Es geht nix. Wieser. Ist das schon eine Musik? Jetzt halten. tidwellin. Ttttt! Todorororgororgor, bitte. Ttttt. m micsade. Ttttt, Tttttotororororororororororororororororororororororororororororor projeto. Warum hast du mich nicht gegessen? Warum hast du mich runtergeschubst? Viel wichtiger ist die Frage Warum hast du mich gegessen? Nein! Siehst du was die Yoshis gerade machen? Nicht den Das machen die ganze Zeit nur Ja? Ja Lass ein bisschen aus, als würden die marschieren Zu der Musik? Ja Hm Chiru Yoshis Nein Ich glaube ich will nicht Ich will nicht Ich will nicht die Treppe hochgeschoben Warte, mach ich da rein? Hach Gab sie bisher schlimm was zu holen? Nö Hä? Oh nein Wer kommt jetzt? Hä? Das ist ein Baby Bosa Und hier sind wieder ein paar Moment Ich glaube wir brauchen ein entsprechendes Wollknäuel Na gut Dann müsstest du den da oben ja aktivieren können Dann müsstest du den da oben ja aktivieren können Ja Checker Checker Wenn wir jetzt noch einen blauen Yoshi hätten Oh Gott Ach du Scheiße Okay, jetzt noch ein kleines Pendel Das ist so ganz dezent Pendel Okay, das mach ich euch aber selber Warte, ich hole dich ab Oh Oh Ja, dafür ist oben links so ein Schalter. Aber da kommen wir auch nachher noch rein. Hoffe ich. Denke ich mal, den Schalter, den konnte man eben ja auch immer wieder aktivieren. Wie kommen wir denn hier zurück? Ich glaube da unten nicht, dass die drunter durchschwimmen. Ja. Ich muss mir ja wieder hochkommen. Okay. Und auspendeln. Und ich aktiviere den Knopf. Dann mach auch! Okay, okay. Das ist die Blume. Oh Gottes Willen. Hab ich. Was denn? Nee, oh, war da was. Ich will nochmal. Achso, und die Röhre ist nur zum Zurückkommen. Weiß ich nicht so genau. Vielleicht geht es da auch weiter. Aber ich wollte erst alles eingesammelt haben. Und gucken, was da oben links ist. Da weiß ich mich auch noch nicht. Oh, ich komme jetzt wahrscheinlich genau nicht an. Ja, okay. Da oben ist auch noch eine Röhre. Oh, jetzt wird die Auswahl schon wieder zu groß. Sollen wir jetzt die unten nehmen? Wahrscheinlich kommt man bei der Oda unten zurück. Meinst du? Meinst du? Das wäre ein grüner Schrecker. Ah, aber grün brauchen wir nicht, weil ich war grün. Können wir trotzdem mal gucken, ob die irgendwas haben. Da oben rechts war noch was, ne? Komm mal. Aha. Oh, vor dir. die idee ist aber cool mit denen dass man verschiedene farben brauchen ist dann nur einen einzelnen schalke gibt der die farbe meintlich hat das ist was wenn die alle kaputt ok gut ne ok weiter aber der mond muss man von hier oben aus flattern nach links also hier beweise ich aber mal ein gutes nächstes man könnte da einen so fliegen sehen wenn man da weit so weit oben einer rumflattert dann ist noch was Gucken wir mal, ob der hier noch was ist. Okay. Ah, tut mir aber auch was. Aber da auch. Komm, 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 komm. Weg bin ich. Sieh hier. Was, was, was? Ganz am Rand geguckt. Ja, hab ich. Nee, nimm durch. Ich hab ein bisschen Angst, Tio. Okay. Wie geht denn das hier noch? Überall schwarze Scheingeist. Wirklich? Sehr erfolgreich. Oh. Hey. Läuft. Kennen Sie ja, dass wir mit Felschen gelaufen sind? Hm. Das läuft ja auch so langsam. Aber ist egal, wenn wir gleich wieder in der Mitte auskommen, ist ja egal. Wie kommst du denn da hin? Kommst du noch ein Stück mit rein? Kommst du noch ein Stück mit rein? Ja. Wollen wir jetzt mal da rein? Ja. Ja. Oh, 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 oh. Geh weg. Ich hab mich abgeschossen. ja ich will das geschenkt haben das war der Kiesel müssen wir ja bestimmt hier rüber locken oder? mhm oh hier ist auch was ich hab kein Ei mehr komm hier hoch sind wir unsicher? ganz knapp ich weiß ja nicht was das mit dem herz ist ja auch nicht aber ich würde jetzt gerne die zweite blume ja so rot brauchen aber auch nicht nur heute hat man auch könnte jetzt einmal eine von den farben kommen die wir nicht haben jetzt kommen wir wieder in den raum in der mitte aus ja okay dann aktivieren wir jetzt mal ein zwischenspeicher da oben aber war oben nicht weiß weil grau und dieses schwarz hilft bei dem ja nicht wo du gerade vorstehst ja und wo war weiß als wir die treppen so mega weit runter gelaufen sind da waren auf einer plattform weiße dann nochmal zurück brauchen wir sowieso noch eine blume ja was ist mit der ecke die hier habe ich schon so kann man einfach rumgeschwattert okay auch oben auf den wolken ne ja stimmt jetzt wird sass wahrscheinlich sind die hier noch zu grau das andere komische da eigentlich guck mal der hängt ein bisschen kugel an seinem propeller dran rum was ist das wahrscheinlich eine blume aber nicht weiß okay wir können hier runter doch das hier ist weiß ja ach nicht weiß dagegen schießen ja jetzt soll man das die wir erstmal zurückbringen und bringen das die wir erstmal zurückbringen blau ich weiß es nicht oder gehen wir erstmal hier blau ich weiß es nicht blau suchen wahrscheinlich mit der blauen die röhre war ja schon blau das war ja schon das zeichen dass ein bisschen blau ist ich bin hier irgendwo und weiß nicht wo ja ich kann nicht auf das knoll ja dann drauf mit ja 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 doch ja 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 Blauer? Nein, schau mal, die dritte. Da kommst du unten drunter durch, oder? In der Stammattacke. Da tummeln sie sich so schon die blauen rum. So, muss man einen mitnehmen, falls du sterb oder so? Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Warte, du drehst bei mir jetzt ab. Nein! Achso, so geht es natürlich auch. Aber da fehlt es doch noch immer eine Lücke. Der da unten ist ja eigentlich ein bisschen verdächtig. Nein? Nein. Wollknoll, Stempel, es fehlt eine verdammte Blume. Wo ist die? Noch mal oben rum gehen. Wie du willst. Ich habe Angst, wenn wir das jetzt gleich aktivieren, den anderen. Oh nein, retten wir mal! Wir müssen noch mal zurück. Nee, können wir nicht so nicht. Sicher? Wir können es gerne versuchen. Achso. Ja, so könnte es klappen. Okay, gleich. Wenn man es kann. Oder in die andere Richtung. Oder so. Zur Not auch so. Warte, 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 warte. Ich musste eben warten, hier hüpft noch so einer rum. Warte, 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 warte sterbe ich? okay, oder so. Warte. Ich hab ein bisschen die Befürchtung, wenn wir das jetzt aktivieren, dann können wir nachher nicht mehr zurück... So, durchgekämpft. Das muss ja irgendwo da wenigstens das Gläser... Wie das hatten wir schon? Warte. Hast du das gesehen? Ja, ja, ich hab das auch gesehen. Da waren Pfeile, die nach unten zeigen. Hm. War das hier in der Stuhl? Nein. Nimmst du die daneben? Ja. Du hast mich aber zu dir rübergezogen. Okay. Okay. Ich weiß, wir können öffnen den links. Ja, komm mal hoch. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Also in der Mitte war das, ne? Ach ja, komm, komm. Du siehst, dass du nur noch einen blauen... Ja, deswegen hab ich die ja die ganze Zeit ausgespuckt. Das eine ist jetzt nur zu mir zurückgekommen. Weil das gegen das Viech geflogen ist und dann gegen dich. Und dann hab ich ihn irgendwie wiedergekriegt. Aber wir sind jetzt da. Hier kommt jetzt die Blume. Tadaaa. Und dann muss ich nur gut zielen. Oh, vielleicht gehst du da weg. Ich kann mich grad nicht bewegen. Ich glaub, du stehst da schlecht. Okay, ist nur ne Tür. Warte, lass du vorher noch nach oben gehen. Ja, ich bin auf dem Weg. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir haben das gar nicht mehr Rätsel gelöst. Bist du bereit? Oh Gott, was ist denn das? Andere hätten genießt. Manno, musst du eine kleine Pause? Ja, okay. Pause. So. Wieder gut? Ja. Ja. Dann geht's jetzt weiter. Dann geht's jetzt Richtung Bibi Bosa. Du gehst vor. Oh, oh. Zu. Oh, nee, andere Richtung. Kann man das essen? Kippt man? Nein. Kann man das essen? Kamek, Achtung. Ah, das haben die. Das ist hier retro. Das gab's früher auch. Dass der immer um einen rum spawnt und immer so was Gemeines macht. Und wenn der genau so einen Kasten trifft, dann ist der weg. Und macht da irgendwas Fieses draus. Aber dann kommt bestimmt auch irgendwo eine Stelle, wo wir den dagegen schießen lassen müssen, weil dahinter was ist. Ach ne, wir haben wir schon alles, ne? Ja. Gut, dann kann das ja nicht. Das Fiesekarmik. Mit der fiesen Sauern. Ein Geist. Oh, oh. Nein. Oh, der ist ja genau hinter mir. Das Fies. Geben. Und schieb dich mal rein. So, ich hab volles Leben. Wir könnten das perfekt abschließen. Einfach nur nicht getroffen werden. Ah, eine ganz besondere Tür. Was könnte da wohl hinter sein? Der Weihnachtsmann. Die Weihnachten ist ja in Yoshi-Land anscheinend. Ich hab nirgendwo in Weihnachten gemacht. Ich hab so oft gesagt, Weihnachtsmann nie war einer hin. Spannung. Hm. Die Pette. Wo ist Kamek? Warum ist er nicht hier? Junge Herrboser, ich bin hier. Keine Sorge. Kein Grund zum Schreien. Du bist zu spät dran. Viel zu spät. Was hast du gemacht? Gib mir die Wolle. Ich will mit dieser Wolle ein großes Schloss bauen. Für mich ganz allein. Juli. Hä? Wer seid denn ihr? Die Wolle gehört mir. Mir, mir, mir. Wiederholen. Wiederholen ist bestohlen. Kinder. Junge Herrboser, lasst mich euch helfen. Nö, 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 nö. Steine. Ha. Steinvertacke. Oh, was macht er? Feuer? Auf mich? Oh. Uh. Uh. Ne? Er ist bestimmt mittelsicher. Oh. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ja. Okay. Ganz ruhig. Ich bin ruhig. Chaka. Oh, jetzt habe ich mich da sehr aggressiv. Ja, ne, ist klar. Ich bleib mal hier oben, ne. Mach den jetzt. Oh, Achtung. Oh. Oh. Oh, wo ist jemand so eine Wende oder so ein Quatsch? Oh. Ich glaube, er hat es auf sich abgesehen. Weg mit dir. Geh kaputt, geh kaputt, kaputt. Komm, eins, zwei, drei, reicht für dich. Junge Herr, seid ihr wohl auf? Ihr Joshis, wie konntet ihr nur? Hm? Hm? Ja. Moment. Da kommt mir eine Idee. Hm. Papa. Mit der Macht der Wolle könnte ich... Oh. Das ist perfekt. Nein! Ähm. Nein! Nanu, was passiert denn jetzt? Was ist das? Oh Gott. Oh Gott. Jetzt bin ich sauer. Oh nein. Ich bin weg. Was ist das? Bist du im hinteren sicher? Keine Ahnung. Oh Gott. Oh, ich bin da dran. Was ist das? Komm. Komm. Oh, was mache ich jetzt? Vorsicht. Ah, das kann man auch jetzt machen. Jetzt hat's oben so... Ach, wir können auf den schießen. Wenn wir anvisieren dann guck der in die Richtung von dem. Äh. Ich schieße mal in die Gesicht. So, alles funktioniert. Oh, ich hab's nicht. Oh, ich hab's nicht. Oh, ich hab's nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, ich habe sie nicht reingezogen. Das ist gut, ich glaube, da ist man sicher. Da, da, da. Oh, Entschuldigung. Oh, das ist gut. Oh. 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 Oh nein. Oh nein. Danke. Oh. 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 Ja, eingetroffen. Der hat nicht mehr so viele, oder? Nein. Oh, das war ja auch sehr gefickt. Wo wird das hin? Zurückseite. Wir müssen irgendwie hinterlegen. Hier, dann lass uns so ein Ding gehen. Oder jetzt mal hier aus. Oh. Äußerst geschickt. Wenn wir jetzt nichts mit dem Windfaden dran müssen. Hier rein. Ja, komm, bin fertig. Oh nein! Scheiße, der hätte getrunken. Ich glaube, man kriegt ja direkt rein, ne? Ja. Ah, wo war du? Wo sind wir da? Nein. Klingt, glaube ich, zu weit, ne? Ah, der. Oh, der sieht aus. Ja! 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 Ja!